Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man eigentlich so einen Dämmerungsschalter anschließen und den Dämmerungssensor danach natürlich auch noch richtig einstellen kann. Wenn du Bock da hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem extra Video habe ich schon diese Bodeneinbaustrahler mal richtig eingebaut und vor allem auch angeschlossen. Und jetzt möchte ich das Ganze aber nicht mit einem Lichtschalter jedes Mal an- und ausschalten, sondern es soll natürlich automatisch mit so einem Dämmerungsschalter funktionieren. Bedeutet am Abend, wenn es eine bestimmte Dunkelheit erreicht ist, sollen die Lichter angehen und dann entweder nach ein paar Stunden wieder automatisch aus oder auch gerne erst am nächsten Morgen wieder aus. Und hierfür baue ich jetzt mal so einen Dämmerungsschalter dazwischen ein. Wichtig ist, wir müssen davor natürlich unbedingt die fünf Sicherheitsregeln beachten und dafür gibt es aber auch spezielle Videos, die an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller sind. Wir kommen mit einer dreiadrigen Leitung, in meinem Fall nimm 3x1,5 mm² zu unserem Dämmerungsschalter und von dort aus geht es weiter mit einer dreiadrigen Leitung zu unseren Lampen. Zuerst mal können wir den braunen Außenleiter anschließen, dieser geht nämlich bei unserem Dämmerungsschalter hinein, wird dort drin geschalten und von diesem Kontakt aus geht es dann auch schon weiter zu unserer Lampe. Dasselbe Spiel ist eigentlich auch bei dem blauen Neutralleiter der Fall, dieser geht ebenfalls in unseren Dämmerungsschalter hinein, von dort aus wieder aus dem Dämmerungsschalter zur Lampe hinaus. Und nur der grün-gelbe Schutzleiter, der ist etwas anders, denn diesen benötigen wir nicht bei unserem Dämmerungsschalter, weswegen wir diesen auch direkt zu unserer Lampe weiter verbinden können. In der Praxis habe ich das Gehäuse von meinem Dämmerungsschalter schon heruntergeschraubt und diesen auch mal gerade an die gewünschte Stelle positioniert. Wichtig ist, dass dieser natürlich nicht irgendwie in der Nähe von einer Lampe sein sollte, da diese natürlich auch das Ergebnis von diesem Dämmerungsschalter auf jeden Fall verfälschen würde. Hier auf der rechten Seite, da kommt meine Zuleitung übrigens rein, das Ganze ist wie gesagt spannungsfrei, von hier aus habe ich mir mal eine Brücke gelegt, die gleich weiter in diesen Dämmerungsschalter reingeht. Und vom Dämmerungsschalter aus geht es dann über diese Leitung hier direkt zu meinen angeschlossenen Lampen. Zuerst mantele ich meine beiden Leitungen für den Dämmerungsschalter mal um gute 2 cm ab. Länger würde ich es hier übrigens nicht lassen, da wir am Ende hier auch noch eine Zugentlastung haben, die natürlich auch richtig greifen soll. Da wir bei unserem Dämmerungsschalter normale Schraubklemmen haben, isoliere ich meine Leiter hierfür gerne immer auf genau 9 mm ab. Außer meinen grün-gelben Schutzleiter, diesen muss ich ja mit einer Klemme verbinden, weswegen ich diesen auf 11 mm abisoliere. Gebe meine Leitung von unten auch schon durch die entsprechende Öffnung einmal nach oben hindurch. Dasselbe Spiel natürlich mit der anderen Leitung auch. Und kann anhand dem kleinen Schallplan hier oben drüber schon meinen blauen Neutralleiter, welcher zur Lampe geht einmal hier oben festklemmen. Genau dasselbe Spiel mache ich natürlich auch mit meinem braunen Außenleiter. Der Neutralleiter meiner Zuleitung wird hier ganz links angeklemmt und der Außenleiter der Zuleitung auf der rechten Seite. Und den grün-gelben Schutzleiter kann ich ganz einfach mit einer Vago-Klemme verbinden und auf die Seite legen. Sicherheitshalber nochmal mit jedem Leiter leicht ziehen, da hier oben das Ganze doch etwas schwer zum Anschließen war. Und danach können wir auch unsere Zugentlastung schon wieder richtig festschrauben. Bei unserer Zuleitung verbinde ich erstmal den grün-gelben Schutzleiter mit genug Reserve. Danach unseren blauen Neutralleiter. Und zum Schluss den braunen Außenleiter. Danach Deckel drauf und wir können unseren Dämmerungsschalter noch richtig einstellen. Links oben haben wir die Einstellung für unsere Dämmerungsschwelle in Lux. Das bedeutet einfach bei welcher Dunkelheit bzw. Helligkeit der Dämmerungsschalter jetzt auch schalten soll. Null Lux bedeutet, dass er wirklich nur bei kompletter Dunkelheit angehen würde. Und wenn eine Straßenlaterne, welche normalerweise ca. 15 Lux hat, z.B. in der Gegend steht, dann würde der Dämmerungsschalter natürlich nicht angehen. Deswegen schalte ich mein jetzt einfach mal durch einfaches Drehen auf ca. 30 Lux. Und das Ganze sollte man natürlich am Abend auch beobachten und kann natürlich jederzeit nachjustieren. Rechts daneben ist die Einstellung für die integrierte Zeitschaltuhr. Bedeutet, wenn mein Dämmerungsschalter z.B. um 10 Uhr aktiviert wird, geht das Licht an und würde jetzt im Moment noch für eine Stunde bis 11 Uhr leuchten. Ich möchte das Ganze mal für vier Stunden einstellen. Danach bin ich sowieso relativ sicher nicht mehr auf unserer Terrasse. Und dann soll das Licht natürlich auch ausgehen. Und wenn du aber trotzdem möchtest, dass das Licht wirklich bis zum Morgen anbleibt, bis die Sonne wieder aufgeht, dann solltest du hier einfach die Einstellung Das to Dawn nehmen. Bei mir sollte alles passen, weswegen ich mein Gehäuse auch schon wieder aufsetzen und festschrauben kann. Ich gebe hier mal wieder Spannung auf das System, simuliere mit einer Schüssel mal die Abenddämmerung und die Lampen sind mit einer Einschaltverzöge von ca. 60 Sekunden, dass nicht bei jedem kleinsten Schatten die Lampen angehen, richtig angegangen. Und somit haben wir auch schon den Dämmerungsschalter richtig eingebaut. Wenn du dir für zu Hause auch so einen Dämmerungsschalter, einen hochwertigen Seitenschneider, Abisolierer oder natürlich auch so eine Abisolierzange zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.